Grande Riqui Petrucciani, der Vorlauf war super, oder? Ja, richtig super. Ich hatte meinen Lauf gemacht und das ist gut. Also der Plan war, schnell anzulaufen und dann nichts nachlassen? Ja, also die ersten 200 Meter sicher auf die ersten drei Positionen. Ich war die zweite und nachher einfach kämpfen. Und es hat gereicht. Was passiert im Kopf, wenn du über die Linie kommst und denkst, ich bin qualifiziert? Das ist richtig geil. Also bin ich zufrieden und jetzt bin ich schon konzentriert auf meinen nächsten Lauf. Nächste Runde? Ja, du hast gesagt, in Torun willst du etwas Grosses leisten. War das schon alles oder hast du noch etwas sparen können für heute Abend? Ich denke, dass es schneller gehen kann. Und ich hoffe für die Finale. Also wünschen alles Gute! Ich gehe die nächsten Mal. Vielen Dank.